Ein gewaltiger Erdrutsch bedroht die Anwohner in Nevin im Nordwesten von Wales. Der Abbruch ist nach Angaben von Augenzeugen rund 40 Meter breit. Luftaufnahmen zeigen, welche Gefahr für die anliegenden Wohnhäuser besteht. Aus den schönen Gebäuden mit Seeblick sind nun Anwesen am Abgrund geworden. Die örtlichen Behörden haben die Menschen davor gewarnt, sich der Stelle zu nähern, da weitere Erdrutsche nicht ausgeschlossen werden können. Die ersten Informationen über den Vorfall wurden am Montagmittag gemeldet. Welche Maßnahmen nun konkret unternommen werden können, um eine weitere dramatische Erosion zu vermeiden, wurde zunächst nicht bekannt. Es gibt bisher auch keine Meldungen über Verletzte oder die Kosten der Schäden. Aber es gibt bisher keine Meldungen überㅠㅠ Wenn ich的 Schäden könnte, mehr von diesen Schäden kann die Nests nicht ausgeschlossen werden, Untertitelung des ZDF, 2020